Es war ein Start nach Mars. Der DAX hat in der ersten Handelswoche 2023 richtig Gas gegeben und rund 600 Punkte gut gemacht. Wollen wir jetzt etwa die Jahresendrallye nach oder geht es bald wieder abwärts? Der Ausblick auf diese Woche mit Charttechnik-Experte Stefan Klotter. Hallo Stefan. Hallo Julian, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Stefan, letzte Woche an dieser Stelle hast du schon vermutet, dass wir wohl eine sehr starke erste Woche sehen werden. Du warst damals von 14.200 Punkten im DAX am Ende der Woche ausgegangen. Jetzt sind es deutlich mehr geworden. Hat dich das auch so überrascht? Hat mich definitiv überrascht und ich sag mal so, Jerome Powell bzw. Frau Lagarde wird das nicht gefallen, dass da wieder aufs Gaspital getreten wird. Es fängt jetzt schon wieder an, die Diskussion, eine Kehrtwende, Pause und im Grunde genommen hatte man gedacht, dass die Analysten verstanden haben im Dezember, dass da keine Pause entstehen soll. Auch 2023 wurde das weder von Braun noch von Lagarde so prognostiziert. Aber irgendwie über den Weihnachtsferien und bis ins neue Jahr hinein scheint man das alles wieder vergessen zu haben, wie bei den kleinen Kindern. Ja und jetzt hat man wieder Gas gegeben. Ich habe unlängst ein Interview mit Daniel Kahneman gesehen, Nobelpreisträger, Wirtschaftswissenschaften, ist ja Psychologe. Und der wurde auch gefragt, wie kommt es, dass die Investmentbanker so viel Gas geben. Er hat gesagt, es sind grenzenlose Optimisten. Ich würde sagen, aktuell wird mal wieder etwas übertrieben, kann aber bald schon ganz anders aussehen. Ja, aber letzte Woche haben wir gesagt, es geht grün los. Und ja, diese Woche kommen dann die ersten Zahlen raus. Die Banken melden Q4-Zahlen und morgen spricht Jerome Powell auch nochmal. Mal sehen, wie es dann aussieht, ob er da wieder den Märkten in kleinen Dämpfer versetzt. Wir können gerne mal in den DAX reinschauen, weil der ist, wie der Erwarten, sehr, sehr gut gelaufen. Ich habe da tatsächlich gedacht, er bleibt früher stehen, aber jetzt ist er in einer Widerstandszone angelangt. Und ob es da nochmal groß aufwärts geht, wage ich zu bezweifeln. Schauen wir mal rein. Da haben wir ihn schon und wir sind eben jetzt an dieser Widerstandszone. Sie sehen, die baut sich schon März 2022 auf. Also im Grunde genommen das ganze letzte Jahr über. War an dieser neuralgischen Stelle, auch hier schön zu sehen, ja, bei rund 14,6, 14,7 Schluss. Und jetzt nähern wir uns auch schon wieder dieser Marke. Und da sollte es dann entsprechend aufhören und wieder abwärts gehen. Ich bleibe immer noch bei meiner These, gute Möglichkeiten, um Long-Positionen zu schließen und eventuell mit fallenden Kursen Geld zu verdienen. S&P 500 hatten wir letzte Woche gesagt. Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Was passiert, wenn diese dann ausgebildet ist? In der Regel versucht der Kurs nochmal an diese Nackenlinie hier anzukommen. Das hat im August sehr gut funktioniert. Und schauen wir aktuell rein. Auch hier Schulter-Kopf-Schulter. Und wie letzte Woche schon prognostiziert, der Kurs wird nochmal versuchen, hier an die Nackenlinie bei 3,29 ungefähr nochmal ranzukommen. Um dann, charttechnische Regeln, dahin nach unten abzuprallen. Wir dürfen nicht vergessen, nehmen wir die Prognosen der Investmentbanker für 2023. egal, ob wir Wells Fargo, JP Morgan, Morgan Stanley, City oder Bank of America nehmen. Für 2022 waren wir alle sehr optimistisch im S&P 500 unterwegs. Circa 4.500 bis 5.000 Punkte waren da. Anvisiert für 2023 liegen da die Prognosen eher Richtung 4.000. Und jetzt sind wir in der ersten, beziehungsweise heute beginnt ja die zweite Handelswoche, schon wieder bei 3.900 angelangt, ORKGV in dem Fall. Und fallen die Q4-Zahlen nicht so gut aus, müssen die Unternehmen die Gewinnerwartungen nach unten schrauben, sind die Ausblicke dann auch nicht so gut. Dann wird das Ganze entsprechend wieder nach unten gehen. Und dann hat sich das mit den 3.900 oder mit den 4.000. Also jetzt schon auf so hohem Niveau zu starten, weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass das die nächste Zeit wirklich trägt. Kurzer Blick noch auf die Banken eben. Ich habe es gesagt, der Bankensektor ist in der Regel der Erste, der die Q4-Zahlen meldet. Schauen wir uns da einfach mal die Charts an. Beginnt mit JP Morgan. Und auch da ganz interessant, man sagt ja immer, die Zinsen sind jetzt ja sehr hoch und die Banken verdienen Geld wie heu. Ich habe unlängst auch mit einem befreundeten Analysten gesprochen. Er hat gesagt, also Banken fasst er jetzt zumindest auf der Short-Seite nicht mehr an. Und die verdienen ja unheimlich viel Geld. Die Zinsen sind so hoch, das wird überall proklamiert. Und ich habe sie mir mal angeschaut. Jetzt schauen Sie mal, wo die Banken eigentlich wirklich stehen. Zum Beispiel JP Morgan. Und JP Morgan, ich habe hier 5-Jahres-Chart einfach mal genommen. Das ist vor Corona-Niveau. Und die Banken befinden sich trotz dieses starken Anstiegs aufgrund der Zinserhöhung gerade mal, hier sind wir Januar 2020, auf vor Corona-Niveau. Also dieses, wir verdienen Geld wie heu, dann müssten wir irgendwann mal hier stehen. So toll sieht es auch bei den Banken nicht aus. Und was hier Widerstand war, nach unten abgeprallt, wurde überwunden, aber dann diese, was hätte als Unterstützung fungieren sollen, wieder nach unten gerissen. Jetzt nähern wir uns wieder bei JP Morgan diesen Widerstand von vor Corona-Niveau bei 138 Dollar gut, sehr gut möglich, dass wir da dann auch entsprechend nochmal einen Rücklauf sehen Richtung 123 Fahnenstanke. Ist in Ordnung, ist ausgebildet, aber jetzt ist eigentlich eine Konsolidierung zu erwarten in Form einer Flacke oder eines Wimpels. City Group meldet auch Zahlen am 13. und da sogar noch schlimmer, von wegen vor Corona-Niveau. Vor Corona war der Kurs hier Januar 2020 bei 81 Dollar. Also wir verdienen Geld wie reu, weil die Zinsen oben sind. Davon ist bei der City zumindest nicht sehr viel zu sehen. Da haben wir einen klaren Abwärtstrend, der auch noch bestätigt ist. Das, was wir hier sehen, waren alles technische Gegenbewegungen. Ob sich hier dann wirklich ein Boden bildet oder, meine Vermutung, ob wir nicht hier nochmal zurücklaufen auf die Unterstützung bei 41,20, werden wir spätestens Freitag sehen. Last but not least, Bank of America, auch hier vor Corona-Niveau. Januar 2020 sind wir bei 34,70 Dollar und da laufen wir gerade wieder hin auf diesen Widerstand. Und der muss jetzt erstmal überwunden werden, nachdem wir hier eine große SKS gesehen haben. Also auch hier sollte es entsprechend noch einmal abwärts gehen auf die 30,83. Ja, und wenn die Banken schlechte Zahlen abliefern würden, dann kann es gut sein, dass der ganze Markt wieder nach unten läuft. Würde auch dazu passen, wir haben es gesehen, S&P 500 anlaufen an die Nackenlinie und dann den Abprall wieder nach unten. Okay, wir sind gespannt, was die Banken da diese Woche an Zahlen abliefern werden. Ein gutes Stimmungsbarometer auf jeden Fall für die Märkte. Aber Stefan, eine Sache, die ich noch ergänzen wollte, vielleicht stehen hier noch andere Zahlen ins Haus diese Woche, nämlich die US-Inflationszahlen. Die waren in der Vergangenheit auch immer ein guter, ein marktbewegendes Ereignis, kann man sagen. Darauf haben sich die Anleger gestürzt. Falls es weiter runtergehen sollte mit der Inflation, glaubst du, dass nicht hier nochmal neue Impulse kommen könnten diese Woche? Die Frage ist, wie werden die Zahlen interpretiert? Wir haben ja gesehen, gerade im Dezember auch, wenn die Analysten ihre Renne wollen oder bei den Midterms, dann sagen sie, bad news are good news oder good news are good news. Man wird sehen, ich erwarte sogar eher niedrige Inflationsdaten, CPI-Daten. Wenn wir Kerninflationsrate nehmen, kann ich mir vorstellen, dass wirklich da die FED beziehungsweise auch dann die EZB schon was erreicht haben, aber keiner hat aktuell noch wirklich die Rezession, die wir höchstwahrscheinlich sehen werden, eingepreist. Alles konzentriert sich auf Jerome Powell, Kehrtwende, Inflationsdaten. Geht es etwas auf, geht es etwas runter von einer Rezession, einer Einpreisung der Rezession von Unternehmensgewinne, die höchstwahrscheinlich dann zurückgehen werden mit entsprechenden Auswirkungen auf die Aktienkurse, hat man in Analystenkreisen immer noch nicht sehr viel gehört. Also CPI-Daten ist sicherlich ein wichtiger Faktor, aber ich glaube nicht, dass man da alles daran aufhängen sollte, sondern auch wirklich mal schauen sollte, wie sieht es aus mit rezessiven Phasen. Stanley Druckenmiller hat da auch ein schönes Interview gegeben im Oktober 2022, wenn ich mich recht erinnere, September oder Oktober 2022, was sein Ausblick für 2023 ist bei CNBC. Und auch da war ganz klar zu hören, er befürchtet Schlimmes, schwere Rezessionen und mir sind gerade diese alten, haudigen Druckenmiller-Monk und Buffett-Icon sehr, sehr viel lieber, als wenn ich mir FTX, Sandbankman-Free, diese Garde anschauen muss. Von daher bitte nicht vergessen, CPI-Inflationsdaten, ja, sehr wichtig, aber da gibt es auch noch eine Rezession. Okay, das sind also jede Menge Zahlen, die da diese Woche in die Märkte gespült werden und wir werden die Augen offen halten natürlich, was davon den Markt bewegt. Wir auf jeden Fall die Inflationsdaten und die Bank in Quartalszahlen, die haben wir im Blick. Danke erstmal für diesen Ausblick, Stefan, und wir bleiben auf jeden Fall dran und schauen uns an, was daraus geworden ist. Danke, Stefan, für diese Analyse. Danke, Julian, danke, liebe Zuschauer.